Hallo, Herzlich Willkommen, ich bin der SintexWG und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Erfolg von Modern Warfare. Das ganze auf der Xbox One. Und das ist die Mission auf der Flucht. Ja, wir sind leider, wir spielen leider auf der Schwedigkeitschufe Veteran und ja, einzelne Erfolge, wo ich weiß, wo ich machen kann, weil fast jeder hat das Modern Warfare schon gezockt und da das Remaster, das auf der Xbox One rausgekommen ist, bei dem Infinity Warfare mit dabei war. Ich fand es ganz gut, ich hätte mich über ein anderes Game mehr gefreut, aber wenn es dabei ist, muss ich spielen. Und ich finde es immer noch ganz gut, also mir gefällt es richtig und die Erfolge, wo ich weiß, die mache ich dann natürlich gleich mit. Und das ist jetzt einer davon. Das ist die Mission auf der Flucht und deswegen sind wir auch schon wieder down. Und der Erfolg heißt, Verstärkung abgelehnt. Dazu muss man nur drei sich abseilende Gegner aus vom Heli, muss man runterschießen. Und dann kommt der Erfolg. Das dauert jetzt ein, zwei Versuche. Die Stelle auf der Rad war auch schon richtig heftig, weil bis der Kollege hinter uns das Gatter hier offen hat oder den Kellerschacht offen hat und wir da rein können. Ja, das dauert halt ein bisschen. Meistens bin dann gestorben, wenn ich der Keller offen war und ich wollte in den Keller rein, bin ich entweder am Türstock hängen geblieben und der Kollege lief nicht vorwärts, sah, der hier braucht etwas. Machen wir halt auf. Und wie er sich anstellt. Jetzt hat es, ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Und dann sieht sich der Heli und dann ist das natürlich weg. Also nochmal. Dann dachte ich mir, ja zuerst mal hier, ich dachte vielleicht, dass der der LKW explodiert, aber das tut er nicht. Die Riedern, das hindert nicht die Kollegen dran, hier den LKW zu verlassen. Und dann dachte ich mir auch auf den, auf den Heli, dass der vielleicht mehr Zeit braucht oder sowas. Aber dann kam auch schon der Erfolg. Also, ich hoffe es hat euch gefallen oder hat euch zumindest geholfen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao. Euer Wookie.